Solange die nicht als erste schießen, schießt sie keiner ab. Das wäre viel zu einfach für diese Spaßvögle. Wir peitschen den Niggerfreund zu Tode. Und ich werde es höchstpersönlich übernehmen, dem Affenarsch die Haut abzuziehen. Scheiße! Ich sehe einen Scheißdreck mit dem Ding. Sind wir so weit oder was? Ja, ganz ruhig. Ich poble noch an dem Loch rum. Oh, Scheiße. Jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Wer hat die Kacke denn gemacht? Willard, Alter. Macht euch doch eure scheiß Kapuzen alleine. Hey, niemand sagt, Jenny hätte sich keine Mühe gegeben. Also, wenn es nur darum geht, zwei Löcher in den Sack zu machen, das hätte ich besser hingekriegt. Was mit dir, Robert? Siehst du was? Nicht so gut. Allerdings, wenn ich den Kopf nicht bewege, dann geht's ganz gut so, mehr oder weniger. Ja, aber wenn ich dann reite, verrutscht wieder alles und dann hocke ich blind da. Scheiße! Ich hab's schlimmer gemacht. Hat irgendjemand extra Kapuzen? Nein, keiner hat extra Kapuzen für den Herrn. Ey, ich darf wohl noch fragen? Müssen wir die denn beim Reiten aufhaben? Oh Mann, leck mich doch! Wenn du sie beim Angriff nicht aufhast, ist doch der ganze Witz vorbei. Ich seh aber nichts mit dem Scheißteil. Ich krieg keine Luft in dem Scheißteil. Ich kann nicht reiten in dem Scheißteil. Mann, ihr könnt mich alle mal. Ich geh nach Hause. Ich hab den ganzen Tag lang zugesehen, wie meine Frau 30 Kapuzen für euch undankbare Asche genäht hat. Und alles, was ihr könnt, ist nörgeln, nörgeln, nörgeln. Leckt mich. Zukunft braucht ihr mich nicht nochmal, um was zu bitten. Hört zu. Vergessen wir nicht, warum wir hier sind. Wir haben einen Killer-Nicker hinter dem Hügel da. Den müssen wir in der Lektion erteilen. Halt, ich komm nicht mehr mit. Jetzt mit Kapuzen oder ohne? Ich glaube, wir alle glauben, die Kapuzen waren eine nette Idee. Aber ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, man hätt's besser machen können. Mein Vorschlag. Diesmal keine Kapuzen. Aber nächstes Mal haben wir richtige Kapuzen. Und dann sowieso in Vollmontur. Finde ich gut. Gut, ich bin nicht klasse, Robert. Augenblick mal. Sag dich Kapuzen runter. Aber niemand kann was sehen. Ja und? Ja und es wär schön, was zu sehen. Ah, verdammt! Das ist ne Attacke! Ich seh nichts, ihr seht nichts! Na und? Wichtig ist, dass das scheiß Pferd sehen kann. So reitet man Attacken!